Die 18 Übungen der Harmonie Sie sind eine äußerst wirksame Sequenz von Übungen mit dem Ziel innerer und äußerer Ausgeglichenheit, der Erhaltung und Stärkung der körperlichen und seelischen Gesundheit, der Vorbeugung gegen Erkrankungen und sie helfen bei der Entspannung. Viel Spaß beim Üben! Aus rechtlichen Gründen erfolgt hier ein Haftungsausschluss. Die vorgestellten Übungen dienen der Erhaltung und Prävention der Gesundheit. Sie ersetzen keine Untersuchung oder Behandlung durch einen Arzt. Bei gesundheitlichen Einschränkungen wird die vorherige Absprache mit einem Arzt empfohlen. Die Anwendung von mir angebotener Übungen erfolgt ausdrücklich in Eigenverantwortung. Es kann keine Haftung für etwaige Sach- oder Personen oder anderweitige Schäden übernommen werden. Herzlich Willkommen Mache einen Schritt nach links, ungefähr hüftbreit. Habe einen stabilen Stand. Lasse Platz zwischen deinen Armen und deinem Körper. Die Arme hängen locker nach unten. Stell dir einen goldenen Faden vor, von deinem Scheitel zum Himmel, der deinen Körper aufrichtet. Gehe leicht in die Knie. Wir wecken das Chi. Dem Einatmen hebe die Arme nach vorne, gerade nach oben. Gehe leicht in die Knie. Dem Ausatmen senke die Arme. Stehe wieder gerade. Einatmend strecke die Arme nach vorne. Ausatmend senke die Arme. Ein und aus. Versuche in deinem eigenen Atemrhythmus zu fließen. Dich mit deinem Chi zu verbinden. Vorher. Dich mit deinem Отz. Dann sehen wir uns mit deinem zehn Minuten. quieren die Arme. Dich mit deinem Kanon, größer rein. Dich mit deinem battle. Dich mit deinem Körper. Dich mit deinem. Dich mit deinem Otto. Dich mit deinem September. Dich mit deinem. Dich mit deinem 싼� Öffnen und erweitern des Brustkorbs, die Arme heben und nach außen öffnen, mit dem Einatmen, mit dem Ausatmen gehen die Hände wieder zusammen und nach unten. Einatmen, Arme heben, öffnen und ausatmen, die Hände wieder zusammen und vor dem Körper nach unten bringen. Geh leicht in die Knie beim Ausatmen. Ein, ich öffne mein Herz. Aus, alles Unnötige darf abfließen. Ein, ich öffne mein Herz. Einen Regenbogen bewegen. Dem linken Fuß einen Schritt nach vorne, die Arme über den Kopf, auf die Seite und zur anderen Seite. Einatmen, schiebe den Regenbogen über den Kopf, ausatmen, auf die andere Seite. Atme ein, stell den Regenbogen groß über dir vor und atme aus, zur anderen Seite. Atme ein, hebe den Regenbogen über den Kopf. Und aus, wir schiebe die Arme vor deinem Körper nach oben und senke sie ausatmend zur Seite wieder nach unten. Gehe leicht in die Knie, einatmen, hebe die Arme nach oben, schiebe ausatmend die Wolken zur Seite. Die Wolken können auch für deine Gedanken stehen, die du ausatmend zur Seite schiebst, um einen klaren Geist zu bekommen. Die Wolken können auch für deine Gedanken stehen, die du ausatmend zur Seite schiebst, um einen klaren Geist zu bekommen. Die Wolken können auch für deine Gedanken stehen, die du ausatmend zur Seite schiebst, um einen klaren Geist zu bekommen. Die linke Hand geht nach hinten, der Blick folgt, die rechte nach vorne. Die rechte Hand geht nach hinten, die linke nach vorne. Beim Einatmen geht die linke Hand nach hinten. Beim Ausatmen die linke wieder nach vorne. Einatmen, Blick geht nach hinten. Ausatmen, Blick geht nach vorne. Rudern auf einem ruhigen See. Strecke die Arme nach oben und seitlich mit dem Ausatmen wieder nach unten. Überkreuze die Arme vor dem Körper und strecke sie wieder nach oben. Stell dir vor, du ruderst auf einem ruhigen See und deine Arme sind die Ruder. Einatmen, einatmen, nach oben. Ausatmen, nach unten. Leicht in die Knie. Mit einer Hand die Sonne heben. Mache einen Schritt nach links und hebe mit dem rechten Arm die Sonne nach links oben. Der linke Arm folgt, auch die rechte Seite. Atme ein, hebe die Sonne, atme aus, schiebe die Hand vor dem Körper. Die rechte Hand geht nach oben, atme ein, atme aus, die linke Hand geht nach oben. Stell dir vor, du hebst die Sonne weit nach oben. Ausatmen, nach unten. Den Kopf drehen und den Mond anziehen. Dreh den Oberkörper nach rechts hinten, die rechte Hand geht nach hinten, der Blick folgt. Der Oberkörper dreht sich nach links, die linke Hand geht nach hinten, der Blick folgt. Atme aus, dreh den Oberkörper nach vorne, atme ein. Atme aus, die rechte Hand geht nach hinten. Atme ein, habe den Vollmond vor dir, atme aus, Blick geht nach hinten. Stelle dir vor, du hast den runden Vollmond zwischen deinen Händen. Oberkörper drehen, Handfläche schieben. Dreh den Oberkörper zur Seite, die linke Hand schiebt nach rechts, dem Ausatmen. Atme ein, dreh den Oberkörper, schiebe mit der rechten Hand zur linken Seite. Atme ein und atme aus, schiebe mit der linke Hand zur rechten Seite. In deinem eigenen Atemrhythmus. Stell dir vor, du schiebst alles negative, kraftvoll von dir weg. Wolkenhände in Reiterhaltung. Drehe die rechte Handfläche nach innen und folge mit dem Blick der rechten Hand. Der Oberkörper dreht sich nach rechts. Hebe die linke Hand, folge dem Blick auf die linke Seite. Atme ein, hebe die rechte Hand, drehe den Oberkörper nach rechts. Atme aus. Dem Einatmen hebe die linke Hand, drehe den Oberkörper nach links. Die untere Hand hält wie einen Energieball vor dem Körper. Die Handfläche nach oben. Auf den Meeresgrund greifen und zum Himmel schauen. Der linke Fuß geht nach vorne. Beuge dich über den linken Fuß nach vorne unten. Greife mit den Armen. Wie als ob du Wasser von unten aus dem Meeresgrund zum Himmel schöpfst. Ausatmend geh nach unten. Ein, wieder nach oben. Die Wellen bewegen. Schiebe beide Hände kraftvoll nach links vorne. Dem Ausatmen. Dem Einatmen ziehe sie wieder nach hinten. Ausatmend nach vorne. Schiebe die Wellen weg. Und ziehe gute Energie wieder zu dir her. Das linke Bein beugt sich leicht beim nach vorne schieben der Wellen. Die fliegende Taube breitet ihre Flügel aus. Mache die gleiche Bewegung nach vorne mit beiden Armen zur Seite. Stell dir vor, dass deine Arme wie Flügel nach vorne gehen mit dem Ausatmen. Und mit dem Einatmen gehen sie wieder nach hinten. Fliege wie eine Taube. Ausatmen. Die Faust stoßen und den Arm strecken. Gehe leicht in die Knie, hüftbreiter Stand. Und stoße mit dem Ausatmen abwechselnd die Fäuste kraftvoll nach vorne. Fliegen wie ein Adler. Breite die Arme seitlich mit dem Einatmen nach oben aus. Und gehe kraftvoll mit dem Ausatmen mit den Flügeln nach unten. Beim Ausatmen gehe leicht in die Knie. Fühle dich wie ein Adler. Die Bewegung kommt kraftvoll aus den Schultern, über die Oberarme, Ellbogen, Hände. Wieder nach unten. Kreisen wie eine Windmühle. Die Arme gehen nach oben. Beuge dich über die Seite nach links, vorne unten und rechts wieder nach oben. Atme aus. Lass dich nach vorne fallen. Atme ein. Die Arme gehen wieder nach oben. Wie eine Windmühle dreht sich dein Körper und in die andere Richtung. Nach rechts, vorne unten, links wieder hoch. Ausatmend nach rechts, vorne unten und links wieder nach oben. Mit dem Ball spielen wie ein Kind. Hebe den rechten Arm und das linke Bein vor dem Körper. Senke wieder. Linker Arm, rechtes Bein. Gehe nach vorne oben. Senke sie wieder. Parallel. Dem Einatmen heben. Dem Ausatmen senken. Senken. Stell dir vor, du bist ein Kind, das fröhlich und unbeschwert mit seinem Ball spielt. Beruhigen und einsammeln des Chi's. Die Arme führen seitlich nach vorne oben und zum Bauch. Dem Einatmen sammle das Chi und führe es ausatmend zum unteren Bauch, Tantien genannt. Sammle alle Energie, die du nun erzeugt hast und speise damit dein Chi. Lege die rechte Hand auf deine linke Hand, auf deinem Unterbauch und spüre, spüre einfach nach. Spüre die Energie in dir. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank fürs Mitmachen. Mehr Infos findest du in der Videobeschreibung. Lass mir gerne einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da. Schau auch gerne mal auf meiner Webseite vorbei unter lucyart.jimdo.com In den sozialen Medien findest du mich auch in Instagram unter lucyart sowie in Facebook unter lucyart.jimdo.com und dann die auch in der Videobeschreibung. Hier ist es ein in der Videobeschreibung. Vielen Dank.